klopf klopf und hallo es sind neue skizzen bücher entstanden diesmal aus dreien also ein motiv auf drei hefte verteilt das ist a5 hat außen ein kraftkarton innen drin 20 blatt recyceltem papier und vorne ist ein motiv drauf also die blätter hier innen drin das sind 140 gramm und das sind die ersten drei motive also set nummer eins besteht aus drei herbst motiven das war mal ein panorama kalender set nummer zwei sieht dann so aus z nummer drei sind tulpen und das vierte set sind sehr rosen diese vier set sind entstanden und ich dachte ich zeige sie mal ich wünsche euch einen ganz schönen tag bleibt mir schön gesund und wir sehen uns beim nächsten mal bis dahin und